Heute stellen wir Ihnen eine aktuelle Studie aus Lancet Public Health von Gyn und Coworkers. Es geht um das Risiko von Covid-19 bei Mitarbeitern des Gesundheitswesens, die in der Frontline arbeiten und der Öffentlichkeit, eine prospektive Kohortenstudie. Pflegekräfte und Ärzte mit Patientenkontakten haben sich auf dem Höhepunkt der Epidemie in Großbritannien und einigen früh betroffenen US-Staaten deutlich häufiger mit SARS-CoV-2 infiziert als andere Personen. Ein Mangel an persönlicher Schutzkleidung hat nach der Analyse einer Tracking-App in Lancet Public Health das Risiko weiter erhöht. Mehr als zwei Millionen Menschen aus Großbritannien und einigen Hotspots in den USA haben sich zu Beginn der Epidemie die Covid-Symptom-Tracker-App heruntergeladen. Dort konnte sie täglich angehen, ob sie Symptome von Covid-19 haben oder positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurden. In fast 35 Millionen Personentagen wurden 5.545 positive Tests registriert. Im Vergleich zur Gesamtgruppe der Nutzer hatten sich die Pflegekräfte und Ärzte, die an der Front der Patientenversorgung tätig waren, elfmal häufiger infiziert als die Gesamtgruppe. Die adjustierte Hazard-Ratio von 11,61 mit einem Konfidenzintervall von 10,93 bis 12,33 zeichnet jedoch ein zu dramatisches Bild des Risikos, da das Gesundheitspersonal sich insgesamt häufiger testen ließ als andere. Eine statistische Korrektur, die die Testhäufigkeit berücksichtigt, senkte die adjustierte Hazard-Ratio auf 3,40, Konfidenz 3,37 bis 3,43, was noch immer ein 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko angibt. Es betraf die Situation von Mitte März bis Mitte April, als es an den Kliniken in Großbritannien und den Epizenten in den USA vielfach an einer persönlichen Schutzausrüstung fehlte. Für das Personal, das Patienten mit dokumentierter Covid-19 betreute, war das Risiko nach einer adjustierten Hazard-Ratio von 4,83 noch deutlich erhöht. Diese Zahl gilt für Personen mit einer persönlichen Schutzausrüstung. Wenn diese fehlte und das Personal improvisieren musste, war das Risiko um den Faktor 5,91 erhöht. Für Personen, die Schutzausrüstung mehrfach verwendeten, wurde eine adjustierte Hazard-Ratio von 5,06 ermittelt. Nach einer anderen Analyse erhöhte die Wiederverwendung der Schutzausrüstung das Infektionsrisiko um 46% mit einer adjustierten Hazard-Ratio von 1,46, Konfidenzintervall 1,21 bis 1,76. Bei einem inadäquaten Schutz war es um 31% adjustierte Hazard-Ratio 1,31 erhöht. Da die Analysen auf freiwilligen Angaben in einer App beruhen, sind sie nicht frei von Verzerrungen, auch nicht repräsentativ für die Gesamtbevölkerung. Sie dürften allerdings ein Schlaglicht auf das erhöhte Risiko des Gesundheitspersonals werfen, das Patienten mit Covid-19 betreut. Das Risiko war in stationären Einrichtungen am höchsten gefolgt von Pflegeheimen und der ambulanten Betreuung. Die Studie bestätigt zudem, dass vor dem Hintergrund des britischen Gesundheitswesens Angehörer der ethischen Minderheiten, BAMES, das sind Black, Asian and Minority Ethnic, auch unter dem Klinikpersonal ein höheres Risiko hatte als die weiße Mehrheit. Weitere Informationen und Ergebnisse nehmen Sie aktuellen frei verfügbaren Publikationen in Lancet Public Health.